So, willkommen zurück zu La Noire, wo wir jetzt hier bei den netten Herren hier mal untersuchen, der schon etwas zittrig wird. Kannst du das Auto beschreiben? Brown Ford Coupe, ich denke. Sie scheint den Mann zu kennen. Du möchtest, wenn wir rundherum schauen. Warum willst du das? Weil wir so sagen. Ich glaube, du kannst. Hast du nicht eine Verordnung oder was? Ich habe Recht. Clem? Shhh! Dann würde ich gerne mal hier hinten reinschauen. Kein Wunder, er bleibt abends in der Nacht. Die Leute müssen ihre Vitamins bekommen. Check durch diese Sachen, bevor wir wieder rauskommen. Was gibt's hier? Also, was haben wir hier hiding? Dieses Ding braucht eine Kombination. Notiz mit Punktediagramm. Zwei, fünf, drei. Zwei, fünf, drei. Zwei, fünf, drei. Zwei, zwei. Fünf. Und drei. So. Oh. Die Weiber seien untertan ihren... was? Obgleich wie Christus Haupt ist. Gemeinde und er ist. Mhm. Und hier ist auch noch irgendwas. Was ist das denn? Und noch eine schöne Kette. Die Kette können wir gar nicht aufnehmen. Was ist das? Oh, ein bludisches Messer. Ich habe jemanden, der bereits tot ist tot. Es ist typisch das Macht. Wenn der Kette ist tot, dann die Kette fühlt sich, dass sie das machen können, was sie lieben. Man muss es sehen, dass sie während der Krieg gesehen haben. Dieser Brutstall-Punk hat ungefähr 10 Sekunden, um zu erklären, bevor ich seine Kette aus dem. Klimt! Scheiße. Jetzt haut er auch noch ab. Jetzt geht's aber los. Uah. So. Wo ist er denn? Ah, hier. Ja. Ach. Wir sollten ihn holen, wenn wir die Chance hatten, Belts. Wenn wir die Chance hatten, wussten wir nicht, dass er unser Mann war. Uah. Alter Schwede. Uah. Alter. Uah. Die hat den Blick gehabt. Uah. Geh weg. Belts! Du musst mich näher kommen. Uah. Es ist fast zu perfekt, nicht wahr? Es ist kein solches Ding wie zu. Oh, Alter. Hat er den mitgenommen? Geh weg. Geh weg, Cole. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich versuche, ich versuche, diesen Tieren zu machen. Geh weg. So. Haben wir den. Geh weg. Du bist ein verrückter Mann, Clem. Du brauchst Hilfe. Ein guter Job auf diesem Fall, Herr Präsident. Die leute Frau kann jetzt in Frieden bleiben. Ich werde die Fienden bezahlen. Ich werde mich selbst besuchen und erzählen ihm, dass das Verrückte in dieser Stadt nicht nicht verletzt werden. Wenn sie mit ihnen mit dem Krankenhauskampagnen haben sie vor der Sturz. Ich habe eine Nachricht mit dem Meier. Ich werde sicher sein, dass sie nennen. Jetzt. Auf der Weg. Der Typ. Alter. Gefunden Hinweise 16 von 17. Oh. Fragen richtig 9 von 12. Fahrzeugschaden 1938 Dollar. Verletzung 0. Sachschaden 110. Wegen der Leiche auf Glensklemm Fenneys Türschwelle könnte der Bezirksanwalt mit dem Gedankenspielen ihn in die Gaskammer zu schicken. Tja, schließen wir einfach mal den Fall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Sarge, du hörst niemals, dass die Beste kommen wird. Du sitzt da, feldstrippend eine Zigarette und plötzlich ist er da, Warum denkst du, dass wir diesen Japp-Löbben schlagen? Du schade Juju. Das ist genug von dir drei. Schade Juju? Wo sind wir geflogen? Ein Schwamm? So läuft's im Krieg. Weiße Schuhe und Einmord. Hey, ladies, get out of the road! Hm, und jetzt ist er tot. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice, showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, the fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown, off Riemont Avenue. Skipper! Wieder ein neuer Tatort. Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. They were even his prince and he's still confessed. Good. So, then. We keep blocking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, California's love it. Well, as long as the bricks came out of San Quentin, and I always get killed in the front of San Quentin. Greetings from sunny California. I just want to stop. Tja, hier drast. Wie aus Eimern kommt das hier geschossen. Hallo? Hey, come on! Hey, come on! Hey, come on! Hey, come on! First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your racket are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat Marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows make it the man. She can't always hit home runs. Sometimes just gotta make first place. Wie cool das ist, dass das jetzt auch mal regnet. Hier gab's schon Unfälle. Hier vorn sind wir auch gleich da am Tatort. Was war das denn jetzt? Achso, wir mussten bestimmt den Streifenwagen hinterher fahren. Gut. Hab ich grad nicht gecheckt. So weit oben, wir hatten das ja vorhin auf einer Straße gesehen. Detektivs? Phelps & Galloway, Homicide. Seen secure. The rest of the patrolmen are going door-to-door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. The storm blew in around 10 last night and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m. But it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with the dignity. Green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. There seems to be a dry cleaning label. Superior laundry services F1 363. Hmm. Was ist das? Hier ist gar nichts dran. Okay. Hier ist auch nichts. Was liegt hier noch? Oh. Fünf Dollar. Das ist nicht, was wir vorliegen. Aber würde ich trotzdem gerne mitnehmen. So, Reifenspuren. Our driver and our killer are most likely one and the same. Was haben wir hier? Schuhgrößen oder Schuhe? Schuhgrößen oder Schuhe? Killer was moving around surveying the scene. Hmm. Aber Schuhgröße haben wir keine. Okay, aber wir haben jetzt alles gefunden hier. Was war hier noch? Das war bestimmt unwichtig. Ja. Können wir gleich lassen. Nicht jetzt, Phelps. Wo ist denn hier? Ach, hier ist der Kasten. Gut. Gut. Oh, hier待って. Anzm judicial. Ich habe mit meinem Haus den Weg arrived in der Services Du hast da etwas für uns. Anz dem Felps. LAPD. Ich bin Mrs. Barton, Katharine Barton. Ich lebe gerade über den Weg. Habt ihr jemanden hier letzte Nacht gesehen? Nicht letzte Nacht, aber gestern, early evening, sah ich diesen riesigen Hobo. Hast du eine Deskription? Tau, gaunt, schrecklich verfigurte. Ich glaube, er hat einen Erkrankten in der Krieg gehabt. Er ist ein sehr schrecklich, schrecklicher Mann. Hast du eine Idee, wo wir ihn finden könnten? Eines der Hobo-Camps hier. Er ist eine Art Hobo-Leader. Sie folgen ihn alle. Danke, Frau. Du bist eine große Hilfe. Natürlich. Alles, was ich tun kann, um zu helfen. Ich hätte es nicht gedacht, dass etwas hier so schrecklich passieren könnte und nichts darüber zu tun wird. Hier, so, genau. A drücken. Kohl-Felps, Badge 1247. Wie kann ich helfen, Detective? Ich brauche eine Anruhe auf Superior Laundry Services. Just einen Moment. Superior Laundry Services. 1260 West 1st Street. Können Sie Informationen von Hobo-Camps in der Nähe von Signal Hill anrufen? Just einen Moment, Detective. Es gibt ein großes Camp unter dem Bruch auf Grand zwischen Tempel und Sunset. Danke für Ihre Hilfe.